Hallo und jetzt willkommen bei NextGamesLP. Wir sind mit der Releven Kapitel 4 angelangt und los geht's. Boah, die Ladezeiten. Ah, wir sind jetzt hier beim letzten Speicherpunkt. Und los geht's. Was gibt's hier? Gucke, da gibt's nichts. Streben, schnell. Hoffe ich mal komme ich da rein. Super. Boah. Bitte schließen. Los. Leuchtfackel. Sehr gut. Ähm. Die Tür ist zu. Jetzt gehen wir mal da rein. Schrott bin ich voll. Äh, was gibt's da? Gibt's nix. Hier ist die Karte. Bindemittel bin ich auch voll. Da ist nix. Ähm. Hebel benutzen, ja. Ne, wollte ich das gerade gar nicht mehr. Okay, ich geh nochmal rein. Ich geh nochmal in den Bau. Äh, nicht im Baumenü, aber. Revolver. Medi-Kit. Okay. Da machen wir was drauf. Ne. Ähm. Au, au, au. Ladungspaket. Kann ich auch irgendwas benutzen? Au. Bindemittel. Äh, Sensor. Okay. Entweder. Entweder. Ah, schick. Äh. Mann. Kacke. Super. Geht doch. So, ah. Batterien, äh, was ist das? Ah, okay. Oh. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, na. Suchen wir nach einer feindschaftlichen Lösung. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Oh, mein Gott. Okay, da ist einer. Da komme ich nicht durch. Gehe ich mal einfach da rein. Aufmachen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich weiß nichts. Eines. Eines? Oh. 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 Ach! Kommt! Ok doch, Einwand, danke. Oh, Scheiße. Ah, ich komme gleich schon. Ich glaube, so geht die Gang. Ja, Tori geht auch. Danke. Oh, Scheiße. Ich bin mir sicher, dass jemand hier ist. Oh, Scheiße. Kacke, der hat jetzt rote Augen. Ich weiß nicht, ob er feindlich ist. Ich kann warten. Ich kann eine sehr lange Zeit auf Sie warten. Folgen Sie mir bitte. Was? Ah, der hat mich ja glaube ich schon mal sieht. Ich glaube, jetzt gehen wir da zu dir. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. die kommen das ist dies ist ein Schütte ich werde sie einfangen grad es geht jetzt dicht und nicht drin ok wo ist der? jetzt gucken wo er ist oh scheiße ich strappel zieh seine Geduld an ok sehr wohl war guck kommt an ok wie kann man ihn denn killen das verstehe ich jetzt überhaupt nicht oh ich brauche auf jeden fall äh Dings Meditate oh scheiße ach man ich hab kein Meditate mehr oder doch ja ja wie scheite man jetzt die Roboter aus bitte Guck einfach mal testen guck mal wer kommt ja 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 ich hoffe auch nicht dass ich da rein muss ich weiß gar nicht was ich da machen muss der aktuellen speicher schon laden ja mal gucken ob es jetzt besser läuft ich weiß gar nicht was ich machen muss jetzt bin ich ja da einmal gestorben lassen sie mich rein ich muss mein schiff kontaktieren es tut mir leid das kann ich nicht zu lassen sie wurden von apollo registriert willkommen auf sowas dupol es muss einen anderen weg geben finden sie einen anderen weg hinein ja jetzt kommt jetzt schon wieder erst versuch super jetzt hoffe ich nicht dass er kommt er kommt batterien ist da unten habe ich schon das das ist nämlich durch ich bin zu erkennen sie mich nicht hören sie mir zu wir müssen die langstrecken kommunikation wieder herstellen sie werden kommen sie zurück ich warne sie ja jetzt heißt es abwarten so schnell kann es gehen so kann ich jetzt weiter mal danke da lang da lang ich habe keine ahnung wie es läuft jetzt muss einen moment warten so 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 Gucken jetzt ob die jetzt fettig sind. Ohne entdeckt zu werden wie Sonne ist. Wie soll ich denn da durchkommen? Dann ist jetzt die Frage. Wie komm ich jetzt weiter? Was sie aussehen und wo sie sich auch verstecken. Ich hoffe, dieses Dreh unsicht. Okay, der blutet oder meldet aus? Man. So eine. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Nein. Ey, ich komm da nicht hinter. Ah doch. Das könnte klappen. Okay, der geht da. Ohne Kratzer. Ja, ich muss gucken. Jetzt geht's doch. Jetzt hoffe ich nicht, dass irgendjemand kommt. Oh, Schweigen gehabt. Hat doch geklappt. So wollt ich das. Oh. 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 Oh, scheiße. Oh. Oh, scheiße. So, nochmal safen. Ich hab schon Bock wieder alles vor vorne zu machen. Also runter komm ich nicht. Und da freut jetzt keiner. Ah, ich hab's gehofft. Sieht gut aus. Da ist zu. Oh, na super. Ich muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Finden Sie eine andere Kommunikation? Terminal, ja. Mach ich. Ich glaube, äh. Ähm. Äh, jetzt überlegt gerade, muss ich da hin oder muss ich hinten hin? Okay, da sind. Ähm. Ich muss glaube ich da hin. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Oh, kacke. Geh zu. Okay, was ist da drin? Gucken, äh. Impfpistole, oh cool. Endlich eine Impfpistole. Äh. Okay, hier ist Komponenten. Ah, toll. Was ist das denn? Äh. Das? Ähm. Ähm. Nein, scheiße, sag ich was falsch gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Also, ähm. Das. 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 Glück gehabt. Wäre ja fast schief gegangen. Ja, so richtig schief. Mal's gucken. Äh. Taurus rufen. Abspielen. Diane Valaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreiber-Einheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wir haben die Pläne und slicken Außenrum, die wir mit uns verknallen haben. Wir haben die Flänen nicht verknüpft. Ich bin sehr, sehr entspannt darauf. Irgendwie fliegt der Neutriion. Wir wollten den An controllersieren. Also, die Flänen nicht verknüpft. Wir sind noch nicht her. Wir machen die Flänen nicht zu lange. Wir haben ihn geöffnet. Los Angeles. reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben ich weiß nicht wie lang hier spricht weit station wir haben hier ein ernstes problem externe kommunikationswege sind gestört und wir bitten sie ein notsignal für uns zu senden können sie mich hören ich wiederhole kommunikation mit der außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen hilfe bitte abstand halten und hilfe senden er macht zu können die kann ich nix toll nicht dass ich mich jetzt umdrehe und dann eine verpasst kriege krieg ich nicht jetzt muss ich irgendwo anders hin ach man jetzt müsste ich mal gerne wo der ist Ich weiß nicht, woher er kommt Ja, woher Wo der Typ herkommt Jetzt von der einen Seite oder von der anderen Okay, bis jetzt ist noch nichts zu finden Schrott, Schrott, Bändemittel, alles voll Ja, jetzt ist die Frage, wo ich hin muss Oh, Scheiße, der ist da Toll Das hilft mir sehr viel Kann ich irgendwo reinklettern? Gucken? Ich glaube nicht Oh, der hat mich noch nicht gesehen Jetzt weiß ich nicht, ob er auf der anderen Seite auch jemand ist Ich glaube, er bewegt sich Oh, ich kriege Oh, ich mache mich nicht Oh Ok, dann bocken wir mal was einfach mal. Ich muss hier durch. Oh 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 oh. Ok, da hinten komme ich nicht rein, äh hin. Ok, der dreht sich um. Ja, da sieht mich jetzt jemand. Oh, der hat mich stummig gesehen. Oh, scheiße. Ja, ich weiß ganz, ob ich da hin muss. Ja, einfach rumdrehen bitte. Ja, scheiße, 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 scheiße. Apollo und der HiBi Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol Station. Ah. Ah. Falls Sie diese Anlage in einem um annehmbaren Zustand vorführen, wenden Sie sich bitte. Oh, scheiße, 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 scheiße. Jetzt hoffe ich mir nicht, dass er mich gesehen hat. Ok, hab mich anscheinend nicht gesehen. Verschlossen. Äh. Toll verschlossen. Mann. Oh, wo ist der? Kann ich mich hier irgendwie anlehnen oder so? Von Anfang bis Ende. Ha, toll. Der geht um die Ecke. wo geht der jetzt ran wo komme ich da rein weiß ich gar nicht ok gut gut sehr gut jetzt muss ich gucken hä hä ist nur einer ok ok die zu ja hab mich schon gesehen glaube ich er guckt mich an siehst du ach man die doch ein wie ruf jetzt gerade auf ich muss kommunikation okay ich muss irgendwo jetzt hier da war ich geht nicht ja ich komme ja von da kleiner so ich muss ich ich Da war ich schon. Jetzt geht es runter nochmal. Jetzt geht es wieder zurück. Schrott habe ich. Ich hätte es mir auch einfach mal einfacher machen können. Lauf ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich bin hier. Ich muss da durch. Kommunikationszentrum. Gehe ich mal da durch. Oh. Schrott habe ich. Kann ich nicht nehmen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So geht es in Deckung. Ich bin grüß dich. Ich bin zuverlässig. Sie kennen mich, die ich nicht. Ich bin grüß dich. Ich bin grüß dich. Ich bin grüß dich. Ich bin grüß dich. Ja. Also jetzt müsste ich hin. Jetzt bin ich ganz woanders. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand töten kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe. Ja. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand töten kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Aufnahme gespeichert. Zorgöffnummer für 6 und Kassel. Okidoki. Hä? Oh. Irgendwer kommt jetzt. Der läuft vorbei, oder? Achso. Der geht raus. Der geht raus. Hä? Hä? Äh. Ja. Toll. Öff. Äh. 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 Beide Scherzungen nicht, aber... Ja toll. Ja, das war gut. Okay, das war's. Das habe ich. Drücken Sie die passende Eingabe wenn der Schaltkreis aktiviert ist. Ach du Scheiße. Wie gesperrt, hä? Ja toll, irgendwie, hä? Nee, 86. Gesperrt. Ja, was? Ja. 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 Äh. Samuels! Sie leben! Ripley hier! Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Siegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Siegson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Valet nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitkompel. Ich schicke Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitkompel. Ich schicke Ihnen eine Transitkompel. Ich schicke Ihnen nicht wo ich hinragen. Ich schicke Sie. Und sie soll die�chthil sein. Sie werden zu hier! Ich schicke. Ich war jetzt leider nicht wo ich hinragen. Ich muss gucken, ob das mir hilft Ja weh, die kommen jetzt da rein Nein, toll, die wissen, wo ich bin Nicht rennen, kommen sie bitte aus den Lüftungsschichten Ah, toll, jetzt muss ich irgendwie einen Ausgang finden Ja, welche Richtung ist das bitte, Stockwerk Was war ich hier durch, ach du Scheiße Jetzt wissen sie, wo ich bin, ey Wo war, ja okay, alles, alles gut Das geht mal Nicht spacken, geht mal Ah, ja, welcher Seite war das jetzt, das war doch die Seite Nein, nein, toll, da komm ich nicht lang Stehen die da mal noch oder suchen die mich jetzt Ja, ich finde keinen Ähm, ja Ähm Toilet, jetzt ist es gestört Guck, guck Soll ich mal nicht Oh, der sieb mich nicht, der sieb mich nicht, der sieb mich nicht Hä Oh, schüttel Oh, schüttel Jetzt ducken bitte, okay Okay So, passt doch. Ja, welche Seite geht auf? Welche Seite? Oh, scheiße. Hä? So ist die jetzt aus. Oh, kaka. Wie bewegt er sich? Oh, scheiße. Reiner. Okay, so. Oh, rum. Ähm. Klettert. Supi. Jetzt hoffe ich nicht, dass jemand steht. Oh, scheiße. Oh, fuck. Irgendwo ist das, ey. Okay... Oh, okay. Oh... Ich muss anscheinend wieder Ich muss anscheinend wieder runter Ah, toll Ja, steht der jetzt immer noch da oder nicht? Oh, keine Zurück Ah, das war jetzt eine scheiß Idee Okay, der geht wieder zurück, super Sehr schön Lauf weiter Jetzt läuft der wieder Mann Mann Mann, da ist keiner Ach, jetzt auf einmal geht der runter Nee, doch nicht Warte Warte, er läuft runter Nee, doch nicht Ja, ist das jetzt bald Ach, Mann 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 Ach, Mann